Du drumrum, das Projekt Weltreise von STH Travel und StudiVZ Hey, einen dicken, fetten Gruß aus Bangkok. Wir sind endlich nach 10 Stunden hier angekommen. Wir sind jetzt im Hotel, genießen die übelst geile Aussicht von hier oben. Jetzt gehen wir erstmal shoppen, dann gibt's Abendbrot und dann werdet ihr uns hier in diesem geilen Workpool finden. Dann werden wir chillen und danach geht's Party. Ja, nach dem Motto, one night in Bangkok, make your heart beats faster. I'm so sorry that I didn't tell you exactly what does it mean. Drei Mui, it means a weary roots in Khmer. Drei Mui means fuck you or fuck me. Actually, I tried to teach you the correct way to say it, but I found out that order is going to be very difficult to pronounce the Cambodian word. So that's why that you pronounce it wrongly and on the way when you say all the time make them laugh. So, how is it Joe Mui, not Joe Mui? Joe Mui. Joe Mui. Zum Glück sagt er uns was am letzten Tag. Ja, also. Wir haben die ganze Zeit damit angestoßen, also. Joe Mui. Joe Mui. Joe Mui. Joe Mui. Joe Mui. Ich weiß, dass der Pilb muss ins Bett, aber wir gehen noch weiter. Oh, we're going to the next pod. Oh, there he comes. Ok, jetzt kommt der, also er ist wirklich betrothed, wir werden's gleich sehen. Way Scalul!! Yay! Die Jogern Tiroler kinder gern! Aus meiner Heimat, ja, so gehört sich das ganz gut. Oh ja, sehr. Off am Ochensee. So gehört sich das ganz gut. Chocolate ones. Sehr gut, sehr gut! Also, in unserem kleinen Land, da gibt es immer wieder genug Leute. Hallo! And what? We are from Norwegian! From Norway. Wir folgen einfach dem Beta. A Tiroler was, wo es hingeht. Keine Ahnung. We are having an awesome time. God knows what this is, but we are going in. So, Tag 3 in Bangkok. Tag 2 gibt es kein Video. War ein bisschen zu anstrengend, deswegen ausgeschlafen, ganz gemütlich. Nicht jeder. Was hast du gemacht? Na ja, die Jungs waren vom Abend vorher noch ein bisschen fertig. Ich bin nach zweieinhalb Stunden aufgestanden, ganz tapfer und bin zum Tigertempel gefahren. War wirklich wunderschön. Die Tiger angefasst und auch im Schoß gehabt. Und ja, die Jungs haben geschlafen bis Nachmittag. Schande! Schande! Aber damit wir Carver jetzt wieder ein bisschen beruhigen, dass wir gestern nicht dabei waren, gehen wir jetzt zusammen shoppen. Sie will jetzt ein Kleid oder irgendwas. Also, kauf sie dir doch! Kalau sind die andere, die du hast. Ha? Im Editorial? Posing. Oh ja. Sexy sexy Drama Baby Drama! Die Hand attache muss leben. Also hier, das Einkaufen macht mir gerade nicht so viel Spaß. Wir waren gerade im Laden, ich hätte durchdrehen können. Ich habe so ein T-Shirt gefunden, was mir gefallen hat und ich wollte das anprobieren und sie meinten so, nee, das geht nicht anzuprobieren und du musst es kaufen, dann kannst du es anprobieren. Und Caro? Ich brauche es nicht anprobieren, ich brauche es nicht mehr anprobieren, wenn ich es gekauft habe. Caro schon auf Bast? Ja, aber mir gefallen die Streifen immer noch nicht. Na ja, und auf jeden Fall meinten sie dann so, ja, ich darf es nicht anprobieren, weil ich das dann strechen würde und so weiter. Soll ich es nicht mehr? Hallo, ich rede gerade in der Kamera. Achso. Und, nee, auf jeden Fall war ich gerade ziemlich pissig und, ja, wir dürfen nichts anprobieren. Was nervt der mit deiner Hose da rum? Nein, sollst du nicht. Nee? Nee. What is it? What is it? It's a bell. Oh, it's a bell. Yeah. Careful, it's a belly dance. What do you do? Oh, you're very tall. Yeah? Yeah. It's on the short side. Für mich ist immer alles zu groß. Für ihn ist immer alles zu klein. Es geht schon. Eigentlich schon. Es geht schon. Mirra? What do you think? No. Oh, es ist langer. No? No. The without the button ones is nicer, isn't it? It's just a plain one. Yeah, I like the, if the sleeves were long enough. Yeah, but they're not. So, yeah. No, I don't like this either. Good fight to say you, Lola, how come you fight one, 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 one. Because they are different. Oh. I know the people look like they, they're dirty, don't even buy it. Oh, the side, how come you buy it? Oh, Anna. We had to try before buy it. Komplett narische Leute. Sie regen sich auf, wenn man was anprobiert, weil it's dirty. Dirty, you're dirty. Very dirty person. Und deswegen, und in meiner Größe, ich kaufe nichts ohne probieren. Bangkok war echt geil. Wunderschön. Leider vier zu kurz. Jetzt geht's auf zur nächsten Etappe auf den neuen Kontinent. Wir springen down under nach Sydney. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer.